Hallo, hier ist euer STB und ich zeige euch heute mal die ganz geile neue Scheiße, die es bei uns im Shop gibt. Nämlich zum einen kannst du dir hier für dein Decktelefon, gibt es jetzt hier so einen Gürtelclip und der ist total super. Nämlich, oh jetzt kriege ich den auch gar nicht ran. So, den kannst du an dein Decktelefon ran machen und dann kannst du das dir hier so an die Hose ran stecken. Total toll, kannst du jetzt bei uns im Shop kaufen. Und dann haben wir noch was ganz Neues, Geiles, nämlich diese gelben Aufkleber. Das ist nämlich dafür, wenn du nämlich deine Nummer dir nicht merken kannst, dann kannst du die nämlich, das hier drauf kleben, auf dein Telefon, die Nummer da reinschreiben. Und dann weißt du die immer, ne, und wenn dich dann jemand fragt, wie ist denn deine Nummer, ey, und so, ne, dann kannst du die einfach sagen, ne. Dann musst du nicht ins Telefon hochgucken, das ist ganz, ganz toll. Die gibt es bei uns auch im Shop, kostet 59,60 und so, aber ist halt auch von gutem Zweck, na. So, tschüss.